Es wird wohl das große Ereignis des Jahres im Vatikan. Mindestens drei Millionen Besucher werden erwartet, wenn Papst Franziskus gleich zwei seiner Vorgänger auf einmal heilig spricht. Johannes den 23. und Johannes Paul den Zweiten. Zwei der beliebtesten Päpste überhaupt. Angelo Roncalli war schon 77, als er 1958 zum Papst gewählt wurde. Viele dachten damals, er sei ein netter, alter, harmloser Übergangspapst. Doch dann überraschte er alle mit der Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Heute jubelt die Kirche, denn dank der göttlichen Vorsehung wird hier am Grab des Heiligen Petrus das Zweite Vatikanische Ökumenische Konzil feierlich eröffnet. Die insgesamt drei Jahre dauernde Versammlung hat die Kirche mit ihren Reformen enorm verändert. Sie wurde offener, zur Welt und zu anderen Religionen. Seitdem halten die Priester Messen nicht mehr auf Latein und mit dem Rücken zur Gemeinde. Laien haben mehr zu sagen und, und, und. Die Reformen und auch seine menschliche Art machen Johannes den 23. auch mehr als 50 Jahre nach seinem Tod zu einem der beliebtesten Päpste aller Zeiten. Ein Ausnahmepapst in jeder Hinsicht war auch Johannes Paul II. Der jetzt ebenfalls heilig gesprochen wird. Gerade mal neun Jahre nach seinem Tod 2005. Auch schon seine Wahl 1978 war eine Sensation. Der erste Nicht-Italiener seit 455 Jahren. Der Mann aus dem sozialistischen Polen kämpfte von Beginn an gegen jede Form von Unterdrückung. Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Es gibt keine Freiheit ohne Solidarität. Es gibt keine Freiheit ohne Liebe. Auf seinen insgesamt 104 Auslandsreisen legte er gut 1,2 Millionen Kilometer zurück. Allein dreimal war er in Deutschland. Unvergessen der symbolträchtige Gang durchs Brandenburger Tor 1996. Haltet dieses Tor geöffnet für euch und alle Menschen. Johannes Paul II. setzte viele Zeichen, die bleiben. Er ging auf die anderen Religionen zu und besuchte als erster Papst Moscheen und Synagogen. Ähnlich revolutionär das große Schuldbekenntnis für die dunklen Kapitel der Kirchengeschichte. Unvergessen bleiben auch sein Einsatz für den Frieden in aller Welt. Und ebenso seine schwere Krankheit und sein langes Leiden. Und natürlich die riesige Anteilnahme nach seinem Tod. Millionen Pilger, vor allem aus Polen, nahmen Abschied in Rom. Und sehr schnell kam der Ruf auf, Santo Subito, heilig sofort. Ganz so schnell ging es nicht, doch jetzt ist es soweit. Wenn Papst Franziskus Johannes Paul II. und Johannes XXIII. heilig spricht. Zwei ungewöhnliche Persönlichkeiten, die die jüngere Kirchengeschichte ganz entscheidend mitgeprägt haben.